Hallo zu einem weiteren E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar und das sind die aktuellen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Nissan stellt Verbrennerentwicklung ein, dritte Ladefarm in Rüsselsheim fertig, DS zeigt 600 kW starkes Elektro-Coupé, Triumph stellt E-Motorrad vor und Ampelkabinett schafft E-Autos an. Nissan setzt offenbar die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren in fast allen Hauptmärkten aus. Laut eines japanischen Medienberichts will der Autobauer so Ressourcen für die Elektromobilität freimachen. Nur in den USA werde Nissan die Verbrennerentwicklung in begrenztem Umfang für Pick-up-Trucks und SUV fortsetzen. Wegen der hohen Nachfrage, wie es in dem Nikkei-Artikel heißt. Für die Märkte China und Japan werde man auch weiter an Hybridantrieben entwickeln. Auf der Verbrennerseite sollen die bestehenden Aggregate modifiziert und verbessert werden. Neuentwicklungen sind hier aber wohl nicht mehr geplant. Die Entwicklung von Benzinmotoren für den Verkauf in Europa sei bereits eingestellt worden. Vor dem Hintergrund der kommenden Euro-7-Abgasnorm habe Nissan festgestellt, dass diese Vorschriften die Kosten für die Entwicklung von Verbrennern auf ein unhaltbares Niveau treiben werden, heißt es in dem Bericht. Aktuell fließt wohl auch noch ein Großteil des Entwicklungsbudgets von rund 3,77 Milliarden Euro in die Benzinerentwicklung. Die Mittel sollen künftig vermehrt in Elektroantriebe und Batterietechnologie gesteckt werden. Nissan arbeitet bekanntlich an einer eigenen Feststoffbatterie. Dass etablierte Autobauer früher oder später den Fokus von den Verbrennern abwenden, ist klar. Anfang Januar hatte es eine ähnliche Meldung aus Südkorea gegeben, wonach Hyundai die Verbrennerentwicklung gestoppt habe. Der Autobauer dementierte damals. Die Stadt Rüsselsheim hat gemeinsam mit Opel am Grundweg einen weiteren Ladepark mit 190 Ladepunkten in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um die dritte und letzte sogenannte Ladefarm, die ans Netz geht. Das Ladeinfrastrukturaufbauprogramm Electric City Rüsselsheim wurde vom Bund gefördert. Der dritte Ladepark befindet sich laut einer Mitteilung der Stadt auf einem öffentlichen Parkplatz unmittelbar hinter dem Adam-Opel-Haus, der Unternehmenszentrale von Opel und Stellantis Deutschland. Damit ist er für die Belegschaft attraktiv, aber auch für andere Zielgruppen. Der Ladepark liegt nur wenige Gehminuten von der Innenstadt und vom Bahnhof entfernt. Installiert wurden 96 AC-Ladesäulen, die insgesamt das Laden an 190 Stellplätzen auf dem Parkplatz ermöglichen. Dabei handelt es sich um 22 kW Ladepunkte. Mit der dritten Ladefarm sind somit nun 542 öffentliche Ladepunkte auf den Parkplätzen in Betrieb. Die erste Ladefarm wurde im September 2021 eröffnet. Für Rüsselsheim ist der Ladesäulenaufbau damit aber nicht vorbei. Nun geht es in die Fläche. Von weiteren 125 Ladesäulen hat die Stadt bislang 50 aufgestellt und in Betrieb genommen. Das ergibt also schon 100 weitere Ladepunkte. Bis zum Sommer sollen inklusive der drei Ladefarm schon 800 Ladepunkte in Betrieb sein. Für die Betriebsführung der Ladestation sind im Auftrag von GP Jewel Connect die Stadtwerke Rüsselsheim zuständig. Alle Ladepunkte sind in den Roaming-Verbund ladenetz.de eingebunden und können somit auch über die Ladedienste anderer Anbieter genutzt werden. DS hat mit dem Prototyp eTense Performance einen Technologieträger für die Entwicklung künftiger Elektromodelle vorgestellt. Das Coupé gibt außerdem einen Ausblick auf die künftige Designsprache von DS. Das Fahrzeug ist ein reines Concept Car, also kein Ausblick auf ein konkretes Serienmodell. Der Prototyp basiert auf einer Carbonhülle und verfügt über zwei Elektromotoren mit insgesamt 600 kW Leistung, davon 250 vorne und 350 hinten. Die Motoren, die aus den Entwicklungen von DS Performance für die Formel E stammen, beschleunigen den Prototyp in zwei Sekunden von 0 auf 100 kmh. Ungewöhnlich ist allerdings, dass die Rekuperationsleistung laut DS ebenfalls bei exakt 600 kW liegt. Üblich sind hier eher ein Drittel bis zur Hälfte der Antriebsleistung. Mit der enorm hohen Rekuperationsleistung soll der Antriebsstrang des DS eTense Performance den Schwerpunkt auf die bestmögliche Energienutzung legen, so DS. Die in dem Prototyp verbauten Scheibenbremsen wurden laut des Unternehmens nur aus Sicherheitsgründen verbaut. Gebremst werden soll eigentlich nur elektrisch. Die Batterie des Konzeptautos wurde in Zusammenhang mit Total Energies und dessen Batterietochter Saft entwickelt. Zum Einsatz kommt eine nicht näher beschriebene innovative chemische Zusammensetzung sowie eine Immersionskühlung der Zellen. Damit soll die Batterie wiederholt die 600 kW abgeben und aufnehmen können. Eine weitere Besonderheit. Statt wie sonst üblich im Unterboden sitzt die Batterie bei der Studie mittig im Heck. Sie ist in einer von der Formel-E-Abteilung entwickelten Hülle aus einem Kohlefaser-Aluminium-Verbundwerkstoff untergebracht. Angaben zum Energiegehalt und Gewicht der Batterie machte es nicht. Die Platzierung im Heck dürfte das Fahrverhalten beeinflussen. Die britische Marke Triumph Motorcycles hat mit der TE1 den Prototypen eines Elektromotorrads vorgestellt. Die Maschine wurde in einem gemeinsamen Projekt mit Williams Advanced Engineering und der University of Warwick entwickelt. Das schnellladefähige E-Motorrad verfügt über ein Batteriepaket mit einer Kapazität von 15 kWh und bietet 80 kW Dauerleistung und 130 kW Spitzenleistung. Williams hat zudem ein neues Batteriemanagement, eine integrierte Fahrzeugsteuereinheit sowie einen kompakten DC-DC-Wandler entwickelt, der auf den knappen Bauraum in dem E-Motorrad zugeschnitten ist. Mit den speziell angepassten Komponenten sollen sich für den Fahrer der Maschine eine Reihe von Vorteilen ergeben. So steht mehr Leistung für eine längere Zeit zur Verfügung. Die Leistung soll auch unabhängig vom State of Charge abgerufen werden können. Bei niedrigem Ladestand soll die Leistung nicht abgeregelt werden. Möglich soll das durch eine in ihrer Klasse führende Systemkühlung sein. Andersherum soll die 360-Volt-Batterie in 20 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen werden können. Die TE1 soll nun sechs Monate lang getestet werden. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Flotte der neuen Bundesregierung. Mit dem Einzug der Grünen ins Kabinett steigt auch die Nutzung von Elektroautos als Dienstwagen. Wie die Automobilwoche bei einer Anfrage an die Ministerien erfuhr, wird ein Elektrofahrzeug weiter genutzt, zwei neue E-Autos wurden angeschafft und eine konkrete Bestellung ist geplant. Demnach werden alle Elektro-Dienstwagen von Ministern bewegt, die den Grünen angehören. So bekommt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einen Audi e-tron als Dienstwagen und Familienministerin Anne Spiegel wird in einem BMW i4 chauffiert. Der Mercedes EQC von Umweltministerin Steffi Lemke wurde bereits von ihrer Vorgängerin Svenja Schulze angeschafft und war in der vergangenen Legislaturperiode das erste Elektroauto als Ministerfahrzeug der Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock plant laut der Umfrage die Anschaffung eines Mercedes EQS. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat übrigens keine Wahl bei seinem Dienstwagen. Der Vizekanzler wird bei Dienstfahrten in einem der 14 Sonderschutzfahrzeuge des BKA mit spezieller Panzerung transportiert. Und Verkehrsminister Volker Wissing hat sich offenbar noch nicht entschieden. Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und melden uns mit dem E-Mobility-Update am morgigen Freitag wieder. Bis dahin! Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.